Naja, dann müssen wir es halt nochmal machen. Okay, hier ist nochmal das gleiche drin. Wow. Okay. Okay, der Fortschritt wird also gespeichert. Das ist schon mal sehr gut. Uh, eine Karabiner. Shit, Karabiner ist natürlich mal eins. Boah, geil, den nehme ich mit. Ich will für euch nochmal so einen scheiß Schraubenschlüssel finden. So, genug Unterhaltung für einen Tag. Einsteigen, Edwards. Du fährst. Nicht viel weg hier. Ja, hier. Perfekt. Ja, zack. Das machen wir so schnell nicht nochmal. Los, einsteigen und losfahren. Ja, erstmal reparieren wir einen vorhanden. Du hast da draußen ein ganzes Westen-Nest zerlegt. Wacht, der sich an uns voller. Bring uns hier raus. Wacht, der sich an uns voller. Was wird zu fangen? Ein übriger Gart. Ein grössiger Riss. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh shit, das hört sich nicht gut an. Aber es sind nicht mehr unsere. Oh oh. Na ja, und du hältst dich schön aus allem raus, aber der ist auch verletzt. Das kann ich auch verstehen. Da würde ich ihn auch zu Hause lassen. Der wird bis morgen tot sein. Am Arsch. Was, Sie? Sie wollen einfach die Mission abbrechen, oder? Da greifst du es nicht. Finch, Pritchett, wir alle. Wir waren die ganze Zeit am Arsch. Wenn Sie das wirklich wollen, MacManus, dann gehen Sie. Rede nicht so mit mir. Ich hatte schon mehr verdammte Missionen, als du warme Mahlzeiten, Kleiner. MacManus, jetzt zieh einfach ab. So viel zu. Wir sitzen alle in einem Boot. Okay. Teile finden, Panzer zum Laufen bringen, nicht sterben. Ja, überlege dir eine Vorgehensweise. Das ist leicht gesagt. Cool. Ah. Ah. Nice. Okay, da sind zwei. Gut, dass ich die Karabiner mitgenommen habe. Köderwerf. Da scheint wohl noch einer zu sein. Verdammter Hausmann. Immer mir die Scheißarbeit. Okay, hier ist noch eine Patrouille. Boah, ich bin Marc. Ich glaube, das ist schwer. Ja. Ihr könnt diesen Kick nicht gewinnen. Schneidet den Flugdrecher. Danach und zieht sich die Arsch-Machine auf. Ich bin ab, ich bin dran. Okay. Oh, ich kann sogar Türen öffnen. Hm, wie geil ist das denn? Cool. Ja, toll. Toll. Hier sind... Sieht nicht noch Zündkerzen aus. Bisschen Waffenlager. Okay, Rickotti Graben. Okay, Rickotti Graben. Schauen wir uns was mal um. Kann ich irgendwie raus scrollen oder so? Nee. Ausgeschlachteter Motor. Ja, da müsste ich hin. Hmm. Hmm. Das war's. Boah, das ist echt schon mega geil gemacht, das Spiel. Hammer, ohne Scheiß. Hm, stimmt. Schöner Auswegspunkt hier. Okay, das ist also der ausgeschlachtete Motor. Da sind zwei Einheiten. Waffen. Da ist noch eine Einheit. Noch einer. Boah, den hab ich gar nicht gesehen. Ha, lol. Okay, vier Einheiten sind dort. Oder wo ist... Wo sind die anderen Motoren oder sowas? Okay, da sind auch noch mal zwei. Das Alarm-Ton. Boah, das wird schon heikel. Boah, das wollte ich natürlich nicht. Das war jetzt gerade relativ ungeplant. Okay. Dann mal los. Boah, ich will Schuss halten hier raus. Oh, die haben Alarm geschlagen. Scheiße. Boah, ich will Schuss sein. Shit. Ach Gott, ich muss zu allen. Scheiße. Das wird ja was Postmahl sein. Ich dachte, es reicht, wenn ich zu einem gehe. Oh, schon mal ein 13 Schuss. Wo, 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 wo? Wir reden. Hier läuft! Jetzt stürmst du! Wenn du jetzt aufgehst bin ich vielleicht gnädig. Na, hast du Angst, du Scheiß? Ich bring dich auf! Muss ich jetzt da auch hin? Haben wir nicht irgendwie eine Karte oder sowas? Äh, Moment, haben wir irgendwo eine Karte? Scheiße. Ich glaube eher weniger. Okay, dann gucke ich jetzt, dass ich da unten erst hinkomme. Okay, dann gucke ich mal. Ja, dann gucke ich, dass ich jetzt erst hier unten hinkomme. Da, haben wir das Ziel. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Bleib da vorrücken! Oh, shit. Oh, jetzt wird's doch noch dunkel. Oh, jetzt wird's doch noch dunkel. Oh, jetzt wird's doch noch dunkel. Boah, wie soll ich denn diesen Flamm... Diese Flammenwerfer, die sind echt hart. Da habe ich noch nicht so ganz... Taktik herausgefunden. Äh. Ja. Boah, die ersten habe ich doch schon. Ich gucke jetzt mal, ob ich jetzt einmal um die Stadt herumrennen kann. Ah, da ist ein Schütz, ja. Schauen wir mal, ob ich jetzt einmal drumherum kann. Das dürfte eigentlich funktionieren. Na, sieht so aus, als dürfte das klappen. Okay, da oben ist irgendwie einer. Ich hoffe immer, dass das... Das sind diese Flammenwerfer-Tippis. Das ist die Flammenwerfer-Tippis. Alter Schweder. Kräuter! Jetzt ist die Flammenwerfer-Tippis. Ich schlaue. Ich schlaue. Ich schlaue. Ha! Ok, aber ich muss hinten auf den Tank zählen. Manchmal sind die aber auch schlecht zu erkennen. Komm, lad Energie auf. Ja. Okay. Kann ich mir das Pferd jetzt packen? Ja, toll. Yeehaa, Cowboy. Täus-täus-täus-täus-täus-täus-täus-täus-täus-täus-täus-täus-täus-täus-täus-täus-täus-täus-täus-täus. Und die Mutter zahen. Ja, sie sind nicht in der Welte Schuss. Dann sind wir hierher irgendwie um ein paar копaten. Achso, das ist das alles. Ach Gott im Himmel, mit dem Anfangsding habe ich den Motor vergessen, abzuschrauben, auch nicht schlecht.